Hallo, 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 meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Wir, äh, willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. Und wir sind hier, ähm, auf dem Weg zum, äh, zum Satellitenturm, wo Bob Barbos oder sowas, Bob Barbos, ähm, ja, die Menschheit unterjocht quasi. Und um da hinzukommen, ja, müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Was? Ah, okay. Das ist also meine Flammenfaust. Da bin ich ja mal gespannt. Ach so, jetzt können wir auch, ähm, diese Dinger zerstören. Okay. So langsam verstehe ich das Ganze. Also muss man quasi das ganze Spiel nochmal spielen, um, äh, da durchzukommen, oder was? Um jedes Geheimnis zu lösen, quasi. Weil sonst kann man ja nicht überall lang. Haben wir ja schon in den ersten Level gesehen, wo ich da, äh, mich gefragt habe, wie ich da vorbeikomme. Und anscheinend können wir jetzt mit dieser Faust da ein bisschen draufsehen. Okay, was ist hier schon wieder los? Wer seid ihr denn? Hau rein! Du lachst über mich? Mach'n Abgang, Junge! Niemand lacht über Dante. Bam, Junge. Ach ja. Na, dann kommt her. Zeit zum Spielen! Okay. Du willst also auch in die Schnauße. Und... Verrecke! Oh, Savage. Jetzt geht's aber ab hier. Mann, jetzt reicht's mir aber hier mit euch. Fress meine Axt. Der haut ab, der Hund. So, und jetzt... Zu dir! Junge. Oh, nein. Nicht du schon wieder. Ihr seid noch schlimmer als die Ketten-Sägenaffen. Tyrannwerfer. Ah, okay. Das ist ganz cool. Okay, dann gucken wir doch mal, wer stärker ist. Oh, er. Komm herr, kumpel. Komm herr, kumpel. Alter, Mann. Nicht schon wieder. Keine Kugel, ja. Hast du wohl... Gedacht! Du Spast. Meine Fresse. Ich gehe jetzt mal das gleiche mit diesen Mistviechern. Ey, die sind echt übel. Sentra... Selbst im Limbus gibt's ein Knast. Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Ja, das kommt auch nicht so oft vor. Hm, da. Zack. Ah, nee, falsch. So. Dann wollen wir mal ins Gefängnis einbrechen. Kommt ja auch nicht oft vor, wie er sagt. Dass man mal in ein Gefängnis einbricht. Okay. So. Nein. Oh, grad noch so. Ich hab schon gedacht, jetzt beiß ich wieder ins Gras. Oh, was ist hier los? Du hast Verbrechen gegen den heiligen Orden der Dämonen begangen. Musstus hat dir gewehrt geliehen, damit du ihn verschieben kannst. Erfreue dich dieser Gabe des Lebens. Was ist das? Hinterfrage niemals, Raptor News. Raptor News ist die Stimme des allmächtigen Gottes. Weltmenschlichung ist deine Erlösung. Verdammt. Das ist ja geil. Du musst einen Umweg finden. Jo, ich würde mal sagen, ich hab irgendwas. Ich verrichte Gottesberg. Schnauze. Gottes. Ach, das ist genau. Das ist der Typ in den Nachrichten immer. Sie sind Verräter. Du bist ein Verräter. Nein, dumm. So, ähm, wo ging's lang hier? Nein, 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 nein. So, ganz ruhig. So. Melde alle Dissidenten. Dafür erhältst du Nachsicht. Besonders viel Nachsicht erhältst du, wenn du deine Familie meldest. Ist klar. Okay, da ist dann wieder so ne Tür. Aber wir gucken erst mal, was hinter den Container ist. Ah, sauber. Ein neuer Gegenstand gefunden. Großer Lebensschein stellt Dantes Gesundheit vollständig wieder her. Sauber. Ah, so. Das ist nicht möglich. Wenn ich Mord versuche, verlängern bloß die Qualen. Halt's Maul. Mann, ey. Mann! Ey, wieso geht das nicht? So, jetzt. Haben wir's doch. Und rüber da. Na, komm, Gegner. Was ist das denn? Was ist aber das denn? Na, jetzt sind wir im Gefängnis oder was? Arme Schweine. Jetzt geht's los. Erstmal kümmere ich mich wahrscheinlich um dich. Immer das Gleiche mit euch. Oh nein, ich wollte meine Fresse. Komm nachher hier. Okay, dann eben nicht so. Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Meine Fresse, ihr geht mir schon wieder alle auf den Sack. So, noch wer. Du. Kannst das gerne haben. Und die Flammfaust. Okay. Sävverge. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Tag Junge So läuft das im Business Tja Jungs ich muss euch leider wieder verlassen Okay So Gucken wir mal was hier los ist Geh schon verschwinde Das ist wahrscheinlich wieder so ein Oh Wüter Bin ja mal gespannt was du kannst Junge Jetzt reicht's hin mit euch Brutal Alter was ist denn jetzt los Alter Macht auf jeden Fall ganz schön schaden Okay das gefällt mir absolut nicht So erstmal kurz gucken was hier Ey man Was hier so los ist So erstmal die Dinger hier wieder zerstören So Ich hab schon wieder so ein Kumpel Aber ich seh ihn nicht Ah Jetzt geh ich hin Hier helf ich doch gerne Das Piepen ist immer wenn irgendwer in der Nähe ist wahrscheinlich Wir sind immer noch Wir sind immer noch Im Gefängnis Oh nein Nein Okay wir müssen da hoch Sowas hält mich nicht auf Sowas schon eher Man du Gehst mir hin auf den Sack Mann Hau rein Kumpel Wo bist du? Da So Dann wollen wir mal weiter Ich hab doch hier schon wieder irgendwie so einen komischen Geist Erstmal da rüber Da hoch Da klimmen wir einfach mal den Turm hier Einfach hier hin oder was Mein Name ist Bob Barber Und ich bin deine Erlösung Oh nein falsch Ich gönne dich deiner Erlösung Unsere Abwehr Ja Das ist richtig klasse Oh nein Aus Aus Böses Vieh Alter Böse Mein ja ist mir schon klar dass ich während des Kampfes Hau ich die Verdammte Fresse ein Verdammte Fresse ein Oh Mann ey Das hätte ich auch ausweichen können Alter Schwede Ganz ruhig Ganz ruhig T-Shirt Ich schläg dich Ich schläg dich richtig weg Oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Uiuiui Zack Dich habe ich Und können wir diese Tür öffnen Nicht genug Schlüssel Ja das ist blöd Dann verabschiede ich mich wieder von euch Und wir sehen uns im nächsten Part Wieder Dankeschön fürs Zuschauen Ähm Ja Adios Und IZON Und Säger Dich 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 Vielen Dank.